Nicht ganz so viele Menschen sich trauen, den Schritt zu gehen und Immobilien zu kaufen. Da ist meistens eine Menge, Menge Luft drin. Das heißt, aktuell ist es super spannend, aktiv zu werden, weil die Konkurrenz einfach super niedrig ist. Und das Ganze bedeutet für dich Verhandlungsspielraum. Und ein Deal ist immer genau da, wo es schwierig wird und wo alle aufhören. Lohnt sich das dann überhaupt noch? Es ist ja durchaus umstritten, in der aktuellen Wirtschaftslage Immobilien zu kaufen. Und vielleicht hast du dir auch schon dazu Gedanken gemacht, aber bist noch zu keiner klaren Entscheidung oder zu einem klaren Entschluss gekommen. Das kann ich durchaus gut verstehen. Es ist ja auch eine gewaltige Verwirrung, was da gerade alles passiert. Auf der einen Seite steigen die Zinsen, aber auf der anderen Seite fallen die Preise der Immobilien auch nicht so richtig. Dann habe ich viel höhere Finanzierungskosten, aber nicht unbedingt wesentlich höhere Mieten. Viele Menschen wollen in den Ballungszentren wohnen und in gute Lagen ziehen, aber es werden auch irgendwie keine neuen Wohnungen gebaut. Also da gibt es schon ein paar Fragen, die aufkommen. Und genau in diesem Spannungsfeld heißt es jetzt, einen kühlen Kopf bewahren und gute, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und nicht zu warten, wie die meisten da draußen, weil jetzt doch enorme Chancen auf dem Immobilienmarkt, vor allem für den Einkauf, vorhanden sind. In der heutigen Folge schauen wir uns all das an und all diese Fragen. Und ich versuche da ein bisschen Klarheit für dich zu schaffen und auch für mich, weil ich habe ja auch da so meine Themen mit Immobilien irgendwie, wie so 2024, vor allem jetzt auch die zweite Hälfte des Jahres, ein hervorragender Zeitraum ist, um doch noch vielleicht die ein oder andere Immobilie zu kaufen. Oder vielleicht auch die erste. Außerdem werden wir wie gewohnt am Ende vom Video über zwei Learnings sprechen, beziehungsweise zwei Pro-Tipps, die das Ganze nochmal massiv beschleunigen können. Also im besten Fall einfach mal dranbleiben. In diesem Sinne, lasst uns mal voll in die Masse reingehen und direkt zum harten Kern des Themas kommen. Bevor ich loslege, noch eine kleine Nachricht an alle diejenigen, die zuhören. Vielleicht bist du da jemand, vielleicht bist du ja jemand, der nach einer neuen Herausforderung sucht oder sich umentwickeln möchte oder vielleicht schon das Ganze kann, was ich gleich abfragen werde. Ich brauche nämlich jemanden, der mich mit Immogame allumfänglich unterstützt. Und dazu suche ich eine Person, die ein bisschen Social Media Ahnung hat, die Bock hat, da auch ein bisschen was zu reißen, die mich vollumfänglich bei Immogame supportet und den ganzen Kanal mit mir aufbaut. Nicht nur YouTube, sondern auch alle anderen Plattformen. Und auch das ganze Speaking-Thema mit begleitet und auch das Pressethema. Ich brauche da einfach was wie den quasi Verantwortlichen für Immogame. Diejenige Person suche ich und falls du dich berufen fühlst, gerne mal unten schauen. Da habe ich eine E-Mail-Adresse notiert, da kannst du dich gerne mal melden. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Die Medien berichten ja davon, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft. Quasi der ehemalige Motor Europas hat jetzt zwei folgende Quartale eine sinkende Wirtschaftsleistung. Und das ist jetzt erstmal ja nicht so vielversprechend oder auch nicht so richtig geil. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass ich mir eine Immobilie kaufen möchte in einem Standort, der vielleicht aktuell nicht wächst, sondern eher schrumpft. Ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Perspektive auf das Thema hier, dass ich, wenn ich eine Aktie kaufe oder eine Immobilie kaufe, nicht auf einen Zeitraum von zwei Quartalen kaufe, sondern eher auf einen Zeitraum von einer Immobilie, sagen wir mal mindestens mal 10, vielleicht sogar 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre. Und das ist die Betrachtung der letzten 6 bis 12 Monate nicht unbedingt super hilfreich. Außer ich bin mir im Klaren, dass wir langfristig wieder on track sein werden und wachsen werden. Und ein inspirierendes Land sein werden, was wir eigentlich auch sind und meistens auch waren. Und das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja, eigentlich ist es eher eine Chance als ein Problem. Warum eine Chance? Weil ich jetzt glaube, dass aufgrund der aktuellen Situation nicht ganz so viele Menschen sich trauen, den Schritt zu gehen und eine Immobilie zu kaufen. Die aktuelle Berichterstattung über verschiedene Themen hat dazu jetzt auch nicht das Ganze irgendwie verbessert. Das ist natürlich ein herber Rückschlag, auch für die Immobilienbranche. Vor allem auch für viele Investoren, die gehofft hatten oder sich damit auseinandergesetzt hatten, in Immobilien zu investieren. Das aber jetzt nicht machen, weil sie doch irgendwie verunsichert sind. Und ich weiß nicht, ob du eine dieser Personen bleiben möchtest, die verunsichert ist, weil sie vielleicht auch falsch informiert ist. Gehen wir mal da in die einzelnen Themen rein. Am Anfang würde ich mal direkt mit dem Fakt starten, dass auf der einen Seite die Zinsen gestiegen sind, aber auf der anderen Seite die Preise nicht wirklich gefallen sind. Die meisten machen das an ImmoScout oder Immowelt fest. Das heißt, sie gehen online und schauen, wo kann ich eine Immobilie kaufen, was ist der Preis. Was ganz klar ist, dass die meisten Verkäufer die Preise, die da im Internet stehen, nicht erzielen und dass die Preise zum Verkauf massiv fast ins Bodenlose sinken. Das heißt, die Preise, die da online stehen, sind nicht die Preise, die wirklich erzielt werden, wenn ich das kaufe. Das heißt, da ist meistens eine Menge, Menge Luft drin und die kann ich nur erfahren, wenn ich halt mit den Menschen spreche. Das heißt, Learning, ich muss da, wo Immobilien angeboten werden, mit den Menschen sprechen. Deutschland ist ein bisschen anders als zum Beispiel Amerika. Ich war vor ein paar Wochen dort und habe mich mit den Immobilieninvestoren vor Ort ausgetroffen, in Phoenix, New York und Boston und habe mir da eigentlich was ganz Lustiges sagen lassen. Die haben gesagt, hey, wisst ihr, was euer Problem in Deutschland ist? Euer Problem ist, dass ihr an euren Deals festhaltet und sagt, hey, wenn ich jetzt mit Verlust verkaufen muss, dann mache ich das nicht und ich warte, bis der Markt sich wieder erholt hat oder eingependelt hat und dann verkaufe ich erst mein Objekt. Das hat in Amerika einen ganz anderen Charakter. Da ist es so, dass alle ihre Verluste schon realisiert haben und gesagt haben, hat nicht geklappt, jetzt zum nächsten und der nächste Deal, der wird wieder so gut, dass der andere irgendwie ausgekehrt wird. Und das kann ich in Deutschland hier absolut beobachten, dass ganz viele Projektentwickler, Immobilienhändler, Objektverkäufer auf ihren Objekten sitzen und die nicht loswerden und aber auch gleichzeitig keinen Verlust realisieren wollen. Das heißt, da tut sich nichts. Die bleiben auf den Objekten hocken, die gehen nicht weg. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass alles, was so ein Immobilien online findet, vielleicht auch noch zu teuer ist. Gleichzeitig gibt es keine großen Käufer, die aktuell relativ große Objekte kaufen, weil die einfach sehr vorsichtig sind und da geht nicht wirklich was voran. Es gibt ein paar, die vereinzelt verkaufen wollen, es gibt ein paar, die vereinzelt kaufen, aber die aktuelle Marktlage führt einfach dazu, dass viele sich noch daran gewöhnen müssen oder diesen Schmerzpunkt akzeptieren, dass der Deal, den sie geplant hatten, nicht so eintreten wird. Das heißt, aktuell ist es super spannend, aktiv zu werden, weil die Konkurrenz einfach super niedrig ist. Vor einigen Jahren hättest du Schlange gestanden vor einem Besichtigungstermin in Berlin, Frankfurt oder München. Das kann jetzt auch passieren, aber wird irgendwie nicht passieren. In der Realität wirst du es jetzt alleine haben. Meistens ist es eher so, dass der Makler dich fünf bis acht Mal anruft, falls du nach der Besichtigung gesagt hast, dass es interessant ist. Und das Ganze bedeutet für dich Verhandlungsspielraum. Ein weiteres Thema ist, dass viele Banken noch nicht so bullig auf Finanzierung sind, weil sie noch ein bisschen alten Müll mit sich rumtragen, von dem sie sich erstmal befreien müssen. Was heißt das konkret für dich für einen Hintergrund? Und Banken reden immer von einem Buch. Das heißt, sie haben ein Buch, da haben sie Objekte drin. Und wenn dir jetzt eine Bank ganz viele Objekte gekauft hat, beziehungsweise finanziert hat, die von Handelsunternehmern kommen, die quasi Immobilien ankaufen und wieder weiterverkaufen oder Objekte erstellen und dann weiterverkaufen, dann haben die da Eigenkapital hinterlegen müssen. Also ihr eigenes Eigenkapital von der Bank müssen sie hinterlegen, um Kredite zu kriegen. Und wenn sie ihr Eigenkapital verbraucht haben, dann können sie keine weiteren Kredite vergeben und im Kreditgeschäft kein weiteres Geld verdienen. Und das passiert aktuell. Ganz viele Projektentwickler und Immobilienhersteller haben Objekte, die sie aber nicht fertig kriegen oder die nicht verkauft kriegen. Das heißt, sie bleiben in den Büchern der Banken stehen. Die Banken haben keinen Spielraum und somit haben sie nicht so richtig Bock, Finanzierung zu machen oder können faktisch auch teilweise gar nicht. Das erholt sich aktuell ein bisschen, aber es ist noch ein bisschen, ja, zäh. Das bedeutet natürlich auch, dass die Finanzierungskonditionen auch nicht super krass sind und das schreckt natürlich auch viele Käufer ab, weil die sagen, hey, jetzt habe ich so eine hohe finanzielle Belastung, lohnt sich das dann überhaupt noch? Die Antwort ist relativ einfach, ja, es lohnt sich. Eine hohe Finanzierung hat auch den Vorteil, dass das Darlehen schneller getilgt wird und dadurch schneller freie Grundschulden entstehen. Und ja, ich weiß, wir reden da von Zeiträumen von 5 bis 10 Jahren. Das ist das Immo-Game. Welcome. Wenn du innerhalb von ein paar Wochen Vermögen aufbauen möchtest, dann wird das sehr schwierig hier. Dann solltest du vielleicht lieber andere Kanäle zur Forex Trading abonnieren. Dann sind wir auf jeden Fall mal hier an der falschen Adresse. Es ist ja durchaus wichtig, auch mit dem Eigenkapital schonend umzugehen. Allerdings kann es auch sein, dass du jetzt Objekte einkaufen kannst, die so gut sind, dass du es auch mal lohnen kannst, ein bisschen mehr Eigenkapital einzusetzen. Weil die Finanzierung ist auch ein bisschen teuer vielleicht oder braucht ein paar Jahre, bis sich das entwickelt hat. Da lohnt es sich dann vielleicht auch mal was drauf zu zahlen und dann lieber vielleicht auch sukzessive das Eigenkapital einzusetzen, das heißt in Form von einer Zuzahlung, bis es dann zu einer Finanzierung kommen kann, wo die Mieten quasi dementsprechend auch den Zins und die Tilgung bezahlen. Kurzer Ausflug zum Thema Mieten. Einige Objekte können gerade nicht gekauft werden, weil derjenige, der ein Objekt kaufen wollte, sich das gar nicht mehr leisten kann, weil die Finanzierung so ist, das heißt, er wird eher zu einem Mieter. Das ist eigentlich tendenziell ganz gut, weil die Nachfrage nach Mietewohnraum dadurch auch steigt in einem aktuellen Markt. Das heißt für alle, die die mittlere und kleinere Wohnung haben, in sinnvollen Lagen, das wird richtig gut funktionieren. Das heißt, um das Risiko zu minimieren, solltest du vielleicht auch mal in der Richtung nach Investitionsobjekten suchen, zwei, drei, vier Zimmerwohnungen in sinnvollen B-Lagen. Das funktioniert hervorragend. Jetzt kommen wir mal zu Pro-Tipp Nummer eins. Du kannst auch Objekte kaufen, selbst wenn du ein wenig Kapital hast oder nahezu gar kein Kapital, das nennt sich Verkäuferdarlehen. Wie funktioniert das genau? Im Endeffekt gehe ich zum Verkäufer und sage, hey, möchtest du dein Objekt verkaufen, sagen wir mal für zwei Millionen Euro. Ich habe aber nicht genug Eigenkapital dafür. Ich schlage dir Folgendes vor, weil aktuell in der Lage kriegst du überhaupt kein Angebot und dein Objekt ist seit drei Jahren schon online. Keiner will es haben. Solange das so bleibt, schlage ich dir mal vor, dass du deinen gewünschten Kaufpreis bekommst, sagen wir zwei Millionen, aber du musst 25 Prozent im Deal lassen. Konkret bedeutet das, dass er von dir zwei Millionen Euro kriegt und ich kriege von dem Verkäufer 500.000 Euro zurück. Somit habe ich genug Eigenkapital für den Deal und kann auch die Nebenkosten bezahlen. Konkret bedeutet das, der Verkäufer kriegt von mir als Käufer zwei Millionen Euro und ich kriege vom Verkäufer 500.000 Euro als Darlehen zurück. Dann habe ich genug Eigenkapital für meinen Deal, kann die Nebenkosten bezahlen und habe das Objekt gekauft. Natürlich ist dann ein Darlehen von 500.000 Euro offen, ein Darlehen von 1,5 Millionen gegen die Bank. Ich habe dann Mieteinnahmen, die ich generieren muss und die ich auch erhöhen muss, sodass ich beide Darlehen tilgen kann und der Verkäufer hat dann seine 1,5 Millionen und 500.000, auf die er nur Zinseinnahmen hat und das heißt sogar noch Steuern spart. Jetzt werden ganz viele sagen, aber das funktioniert ja nicht. Ich kann dir nur sagen, wir machen das die ganze Zeit und es funktioniert nicht bei jedem Deal, es funktioniert sicherlich auch nicht bei einzelnen Wohnungen so gut wie bei einem Mehrfamilienhaus oder bei einem Gewerbekomplex. Zum Beispiel, allerdings ist es eine mega Möglichkeit, gerade für Objekte, die nicht weggehen wollen, also einen Deal zu machen. Und ein Deal ist immer genau da, wo es schwierig wird und wo alle aufhören. Mein zweiter Pro-Tipp ist, falls du Schwierigkeiten hast, Objekte zu finden, geh doch einfach mal her und gib ohne Ende Angebote ab. Da ist ein kleines Mehrfamilienhaus für 550.000 Euro, das schaust du dir an, sag dem Verkäufer, der Preis ist für dich leider nicht interessant und du traust dich gar nicht erst zu sagen, was du dafür zahlen könntest, damit es sich für dich rechnet. Und das ist ja auch nur eine ganz ehrliche Geschichte. Du kommunizierst einfach, hey, dein Haus für 550.000 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Du schaffst dir quasi durch die Aussage die Bühne, um ein klares Angebot machen zu können, ohne dass du den Verkäufer beleidigst oder dass deine Wertvorstellungen maximal verletzt werden. Und dann sagst du einfach, hey, unter den aktuellen Finanzierungskonditionen kann ich das Haus kaufen für 300.000 Euro, dann begründest du das auch und zwar sehr klar, dann versteht er das auch. Also sehe ich den Preis 250.000 Euro weniger, weil der energetische Zustand ist schlecht, ich muss auf jeden Fall 100.000 Euro investieren. Und dazu kommt noch, dass deine Mietungssituation verheerend ist. Das lässt sich zwar entwickeln, dauert aber vielleicht 10, 15 Jahre und deswegen muss der Preis da und da stehen, damit ich es mir leisten kann. Damit ist das Problem auf dich genommen und dann kannst du sehen, was passiert. Und das ist ja nur ein Erfahrungswert, den ich dir mitteilen will, aber wirklich viele Deals bekommst du dadurch, weil einfach ganz viele Leute dann sagen, ja gut, bevor jetzt gar nichts passiert, kriege ich das dann doch. Aber dafür muss ich halt auf Quote gehen und dann kann ich jetzt nicht ein Objekt pro Quartal anfragen, da wird nicht viel passieren. Ich muss dann Rahmenbedingungen schaffen, die funktionieren und dann, ja, dann kann es schon nochmal passieren, dass du mal das ein oder andere Objekt zu kaufst. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen spannenden Einblick und konntet vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp mitnehmen. Meistens ist es ja so, wenn ein Satz dabei ist, der schon einen richtigen Mehrwert bietet, dann freue ich mich schon drüber, dann kann ich den in die Realität umsetzen. Zusammenfassend gesagt, die Chancen sind da. Ihr müsst nur zugreifen und aktiv werden. Das ist meistens das größte Thema. Einfach mal loslegen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir gerne mal eure Unterstützung mit einem Daumen hoch oder vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Darüber freue ich mich auch intensiv, weil dann wird unsere Masse an Immobilieninteressierten hier größer. Also gerne abonnieren und an alle Freunde und Bekannte schicken, in der Instagram-Story posten und in der WhatsApp-Broadcast-Gruppe für alle eure Kontakte erstellen, damit sie sich super freuen darüber, dass ihr wieder gute Informationen zu ihnen schickt. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, einfach mal drunter schreiben oder wo ihr gerade seid oder ob ihr vielleicht schon mal ein Verkäuferdarling gemacht habt oder irgendwas anderes, was ich hier erwähnt habe. Das ist immer super spannend für mich, um ein bisschen ein Feeling zu kriegen, was in der Community so geht. Also bleibt dran, macht euch bereit, kauft die nächste Immobilie, bald sind die Preise wieder teurer. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Bleibt da motiviert und auch finanziell clever und zeigt allen da draußen, was ihr drauf habt. Vor allem allen, die sagen, ja, das geht doch eh nicht, das klappt doch eh nicht, auch wenn es mal ein bisschen wackelig ist in der Immobilienbranche. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.